Sie hören, den Kurier. Es war ja fast kitschig, was da die letzten Wochen in Linz passiert ist. Erst schaffte Blau-Weiß Linz den historischen Aufstieg in die Bundesliga, dann gab es als Draufgabe auch noch ein neues Stadion. Kein Wunder, dass beim Liga-Neuling derzeit noch viel Euphorie vorherrscht. Wie aber will man nun in der Bundesliga bestehen? Wie groß ist die Rivalität zum LASK? Und welche Rolle spielt eigentlich Ex-Rapid-Geschäftsführer Christoph Peschek? Das und mehr hört ihr in dieser Episode. Viel Vergnügen! Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode. Mein Name ist wie immer Stefan Berndl. Wie ihr bereits im Intro gehört habt, widmen wir uns heute voll und ganz jenem Verein, der zum ersten Mal überhaupt den Aufstieg in die Bundesliga geschafft hat. Jenem Verein, der zudem erst Anfang Juli sein neues Stadion eröffnete. Und jenem Verein, bei dem seit Anfang des Jahres auch der langjährige Rapid-Geschäftsführer Christoph Peschek in der Verantwortung ist. Die Rede ist natürlich von Blau-Weiß Linz. Der Verein wurde im Juli 1997 offiziell gegründet. Auf der Homepage wird er als Notgeburt beschrieben. Man trat damals quasi die Nachfolge von zwei Vereinen an. Auf der einen Seite war da der SV Austria Tabak Linz, dem das ausdrohte. Auf der anderen Seite der FC Linz bzw. ehemals Vöst Linz, der mit dem LASK fusionierte. Jetzt, 26 Jahre später, ist der Verein am vorläufigen Höhepunkt angekommen. Es wird erstmals überhaupt Bundesliga gespielt. Am Samstag geht es beim WRC los. Im Cup hat man bereits die erste Hürde genommen. Grund genug, der Mannschaft einen Besuch abzustatten. Ich wollte herausfinden, wie tickt dieser Verein eigentlich? Was haben die Verantwortlichen vor? Und wie groß ist die Vorfreude auf das erste Linzer Darby seit 26 Jahren? Viele fragen also, das hieß für mich aber erst einmal, mich auf den Weg nach Linz zu machen. Mit dem Zug sind es aus Wien etwas mehr als eine Stunde Fahrzeit. Dann noch ein Stück mit dem Bus. Es ist ein Dienstagnachmittag Mitte Juli und einer der heißesten Tage des Jahres. Es hat bis zu 34 Grad. In weiser Voraussicht habe ich mir natürlich eine lange Hose angezogen. Man will ja seriös wirken. Mangelnden Einsatz kann man mir an dieser Stelle wahrscheinlich nicht vorwerfen. Ich treffe die Mannschaft aber nicht beim neuen Stadion im Hafenviertel, sondern im Linzer Lissfeld, wo in den kommenden eineinhalb Stunden unter Anleitung von Trainer Gerald Scheibliner und Sportdirektor Christoph Schösswender trainiert wird. Und Scheibliner macht gleich am Anfang klar, dass er vom Hitzesudern mal so gar nichts hält. Der Österreicher jammert immer. Und ich brauche keine Jammerer, sondern ich möchte, dass wir froh sind, dass wir die Kurze haben, dass es die Sonne scheint. Und viele Spieler, die sich die Chance bekommen, gehen nach Spanien, nach Italien, dass es so ist, das Wetter. Und wir sind froh, dass es in Österreich auch ein paar Wochen so ist. Und ja, wenn wir sich nicht runtergehen, sondern geben wir Gas, was wir da drinnen haben. Wir haben nicht drei Minuten Pause, das machen wir viermal, weil es helles Training hat. Aber da müssen wir uns bitte nicht selber lassen. Das will ich nicht. Sondern geben wir Gas und schauen wir, dass wir auch gut einladen haben. Scheibliner sprach und die Mannschaft folgte. Da ist tatsächlich kein Jammern zu hören, ganz im Gegenteil, die Stimmung ist gut. Es wird erst mit Hürden und Stangen trainiert, dann verschiedene Dehn-, Koordinations- und Passübungen durchgeführt. Zum Abschluss dann noch ein Spiel 10 gegen 10 auf dem Spielfeld nebenan. Nach, wie gesagt, eineinhalb Stunden wurde genug geschwitzt, die Spieler dürfen unter die Dusche. Und ich habe mich mit dem Trainer und Sportdirektor in einem kleinen Außenbereich zusammengesetzt. Die beiden wirken sehr locker und klar in ihren Ausführungen. Die Vorfreude ist zu spüren, aber auch der nötige Respekt vor der Aufgabe. Eigentlich hätte der Verein ja bereits vor zwei Jahren die Möglichkeit gehabt, in der Bundesliga zu spielen. Man verzichtete damals aber. Es fehlte vor allem die passende Spielstätte. Zwei Jahre später sieht alles anders aus. Da gab es den Meistertitel und das neue Stadion binnen kurzer Zeit. Jetzt mit dem neuen Stadion kann wirklich etwas entstehen. Trotzdem müssen wir bescheiden bleiben und schon wissen, dass vor vier Jahren die Frage im Raum gestanden ist, ob der Verein überhaupt nur überleben kann. Und deswegen, wir wissen, wo wir herkommen und wir schätzen es sehr. Und trotzdem wissen wir aber auch, was wir können. Und wir wollen schon eine gute Rolle spielen in der Bundesliga. Die Wörter bescheiden, bodenständig oder demütig kommen Scheibliner Sportdirektor Schösswender und Geschäftsführer Pesek übrigens noch öfter über die Lippen. Schösswender macht zudem klar, dass die eigentliche Arbeit jetzt erst beginnt. Ich sage mal, das ist jetzt einmal ein großer Schritt am Anfang, der dem Verein jetzt gelungen ist mit dem Aufstieg und mit dem neuen Stadion. Und jetzt gilt es halt auch aus den Möglichkeiten, die sie bieten, rundherum einfach im Verein nachzuwachsen. Es ist so im Endeffekt, die Profiabteilung ist die letzten Jahre immer, vor allem sportlich, immer Step by Step nach oben gegangen. Und ist jetzt wirklich eigentlich so kurzzeitig einmal im Zenit. Und jetzt gilt es halt auch für den restlichen Verein, das Fundament so zu verbessern, dass man einfach wirklich sagen kann, wir sind ein gut aufgestellter Bundesliga-Verein in allen Bereichen. Also auch auch bis zum Nachwuchs. Und ich sage, da haben wir jetzt die Chance, dank des Aufstieges, dass wir einfach mehr Mittel und Möglichkeiten haben. Und das müssen wir jetzt einfach in alle Richtungen so gut das Geld nutzen. Ein gut aufgestellter Bundesliga-Verein, dafür sind natürlich auch die richtigen Personen an den richtigen Positionen nötig. Im Fall von Blaues Linz ist das neben Trainer Scheibliner und Sportdirektor Schösswenter eben Ex-Rapid-Geschäftsführer Christoph Peschek. Der Wiener, der in Linz seit Anfang des Jahres tätig ist, sieht den Verein sportlich wie wirtschaftlich gerüstet. Das Ziel sei aber ganz klar der Nicht-Abstieg. Und ja, da fallen auch wieder die Worte, bodenständig und demütig. Welche Rolle spielt Peschek nun aber tatsächlich? Also, wie sieht auch die Aufgabenverteilung zwischen dem Trio aus? Peschek erklärt es mir bei einem Telefonat folgendermaßen. Der Taggeber für den sportlichen Bereich ist natürlich der Christoph Schösswenter. Er ist unser Sportdirektor. Und bei unserem Trainer ist, denke ich, an jeden, der Fußball oder Blaue-Weiß ein bisschen mitverfolgt hat, klar erkennt, sichtlich, dass die Handschrift erkennbar ist. Die Art und Weise, wie unsere Mannschaft spielt. Von daher ist der Schössi der Taggeber. Für den sportlichen Bereich. Meine Aufgabe als Geschäftsführer ist natürlich, gewisse Rahmen abzustecken. Und natürlich, allein auch vor wegen der Haftung, immer wieder Plausibilitätschecks durchzuführen. Aber wenn es jetzt geht um Kaderplanung, wenn es geht um Anforderungsprofile, so sind da der Trainer und der Schössl natürlich absolut im Lied. Und ich frage nach. Es ist auch wichtig, dass man die Dinge versteht und nachvollziehen kann. Aber in erster Linie sehen wir es als ein Möglicher, der versucht, gewisse Rahmenbedingungen zu organisieren und aufzustellen. Und da arbeiten wir als Team sehr, sehr gut zusammen. Und das macht mir viel Freude. Und das betont Pesek dann noch einmal. Er sieht sich nicht als Obersportdirektor. Seine langjährige Erfahrung bei Rapid in der Bundesliga kommt dem Wiener da sicher auch zugute. Klar, die Rahmenbedingungen sind andere. Oder wie Pesek sagt, ein Vergleich Äpfel mit Birnen. Dennoch sehe ich Ähnlichkeiten, was jetzt einmal die Aufgabenstellungen anbelangt. Wenn ich mich zurückerinnere an meine Anfangszeit bei Rapid, dann waren ja die Umsatzgrößen, die Budgets, deutlich niedriger, als es heute der Fall war. Das H&P-Stadion, das zwar geliebt war, aber dennoch nicht mehr den Anfordernissen eines modernen Stadions entsprochen hat. Das Trainingszentrum, wo ich mich teilweise in der Schülerliga schon umgezogen habe. Die Positionierung des Klubs, wo man dann viele Maßnahmen setzen musste. Neue Zielgruppen anzusprechen, Beständefans anzusprechen, wieder zu motivieren und zu aktivieren. Also wenn man diese Aufgabenstellung von damals bei Rapid sieht und sie heute mit Blau-Weiß vergleicht, dann gibt es da schon Ähnlichkeiten. Das heißt natürlich weiterentwickeln, professionalisieren, so wie es damals bei Rapid der Fall war. Das erste Aufeinandertreffen mit seinem Ex-Klub Rapid wartet übrigens schon in Runde 4 am 20. August in Linz. Für Pesek durchaus ein besonderes Duell. Er sagt aber auch, Meine Aufgabe ist jetzt, für den FC Blau-Weiß-Linz bestmögliche Arbeit zu leisten. Ich wünsche aber natürlich dem FC Rapid für die aktuelle Saison wie auch für die Zukunft alles erdenklich Gute. Ich bin mit vielen, vielen Menschen bei Rapid, vielen Fans bis heute freundschaftlich verbunden, auch in einem guten Kontakt. Und daher wird es sicher ein besonderes Spiel. Aber wichtige schon, es geht darum, FC Blau-Weiß-Linz spielt gegen den FC Rapid. Und da ist der Pesek nicht einmal zweitrangig. Wir wollen uns hier auch gar nicht zu lange mit Rapid aufhalten, sondern wieder auf Linz zu sprechen kommen. Was macht den Klub jetzt eigentlich so besonders? Sportdirektor Schösswinter, der als Spieler auch für Rapid und die Austria auflief, vergleicht es mit seiner Zeit bei der Admira, wo er den Großteil seiner Karriere verbrachte. Wo ich sage, so vom Vereinswesen her, dass es halt einfach doch ein kleiner, familiärer Verein ist, wo rundherum viele Helfer sind, die halt auch vor allem im Nachwuchs, im Amateurbereich, einfach das Werk so ein bisschen am Laufen halten, wo man wirklich sagen muss, dass es ohne diese Personen einfach gar nicht gehen würde. Dass da jetzt einfach Leute da sind im Trainerteam, trauen mich zu behaupten, auch mit mir. Und dann einfach rundherum ums Team, die einfach wirklich bereit sind zu hakeln und anzupacken. Und einfach auch tagtäglich, auch wenn es nur kleine Dinge sind, halt immer versuchen, das ganze Umfeld da ein Stück weit besser zu machen. Besser machen, sprich professionalisieren. Was für den Arbeiterverein Blaues Linz durchaus eine Herausforderung werden kann. Unnahbar oder sich von den Fans oder ich sage jetzt nicht mehr Fans, sondern von den Zuschauern oder Fußballbegeisterten in Linz sich zu entfernen, sondern trotzdem halt irgendwo sympathisch zu bleiben. Und einfach mit einer Art und Weise, mit einem attraktiven Spiel, wobei attraktiv meine ich, mit Einsatz, mit Leidenschaft, mit einer guten Energie, so wie wir es einfach immer gehabt haben. Zum Teil noch, Amateurhoffn ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber so dieses charmante, kleine und so ein bisschen der Arbeiterverein, das Image bei zu behalten, aber trotzdem auch professioneller zu werden, dass wir eben dann hoffentlich in ein paar Jahren sagen können, wir sind ein gestandener Bundesligist, der trotzdem aber fannah ist und sympathisch und gut rumkommt. Die Fanny kommt auch zur Sprache, wenn Schablena über den Verein spricht, beziehungsweise darüber, was Blaues Linz so besonders macht. Ja, ich glaube, dass Blau-Weiß zwei Seiten hat. Erstens mal, Blau-Weiß ist eigentlich ein Amateurverein, wo lange ums Überleben gekämpft wurde, mit einer ganz guten Fanbasis. Ich sage mal, viele sind halt vom damaligen SK Vöst dem Verein dann gefolgt und es hat dann 1997 ein neuer Verein mit Blau-Weiß Linz entstanden, wo sehr viel Herzblut drinsteckt im Verein, im innersten Kern. Dieses Herzblut ist bei den Beteiligten auch merk- und spürbar und genau darauf hofft man auch in der kommenden Saison. Denn den Verantwortlichen ist klar, dass auch Rückschläge kommen werden. Die letzten Jahre war man gewohnt, einen Großteil seiner Spiele in der 2. Liga zu gewinnen. Das wird es jetzt in der Bundesliga natürlich nicht mehr spielen. Schablena beschreibt die kurz- und langfristige Planung des Vereins daher folgendermaßen. Ja, also jetzt mal kurzfristig, sprich erstes Jahr, zählt natürlich immer in der Liga bleiben, das ist klar. Mittelfristig wird der Verein einfach sich etablieren müssen in der Bundesliga, dass man finanziell besser aufgestattet ist, dass die Raumbedingungen besser werden, dass der Nachwuchs eine bessere Infrastruktur hat. Das geht nur in der Bundesliga. Dann kann man sich wahrscheinlich auch wieder mal einen Abstieg leisten. Das wird im ersten oder zweiten Jahr einfach um einiges schwieriger, sollte man das nicht schaffen. So kann man auch wieder mal nach einem Abstieg wieder angreifen. Spielerisch will der Trainer dabei vor allem eine gewisse Klarheit bei seiner Mannschaft sehen, wie er sagt. Das heißt, dass sie sowohl im Ballbesitz als auch, wenn wir in den paar Jahren eine klare Aufgabe haben, dass wir als Mannschaft agieren, dass wir, wenn möglich, sehr hoch attackieren, dass wir viele Ballgewinne haben und nach dem Ballgewinn halt dann so schnell wie möglich auch vor das gegnerische Tor kommen. Und mir ist es auch wichtig, dass wir ein gutes Auftreten am Platz haben, dass wir als Team auftreten, auch wenn es mal nicht so gut funktioniert, dass wir gemeinsam Niederlagen bewältigen und einen Rückstand aufholen, dass wir weiter an uns glauben, auch wenn es mal nicht so gut läuft, dass wir einfach als Mannschaft, als Team auftreten, das ist mir wichtig. Und dass da ein Zuschauer nicht irgendwie jetzt den Eindruck hat, es gibt einzelne Stars in der Mannschaft, sondern dass die Mannschaft das Wichtigste ist. Und ich glaube, wenn man das sieht oder spürt, dann haben wir schon was erreicht. Keine Stars, sondern die Mannschaft als Trumpf. So zumindest der Plan in Linz. Und da will man sich auch nicht mit dem großen Stadtrivalen, dem LASK, vergleichen. Wir spielen eigentlich fast jedes Jahr international mit. Und die verhandeln mit ganz anderen Spielern als wir. Wir sind eher interessiert, sage ich mal, in österreichischen, jungen Spielern, die da bei uns den nächsten Schritt gehen. Und das wird ja weiterhin der Weg von Blau-Weiß bleiben. Spieler, die vielleicht irgendwo anders keine Chance mehr kriegen oder vielleicht von Verletzungen zurückkommen und zweite Chancen mehr kriegen. Auch da sind sich die drei Verantwortlichen einig. Christoph Beschek bringt es auf den Punkt. Also ich denke, jeder Klub ist gut beraten, in erster Linie auf die Treppe zu schauen vollkommen und nicht durchaus spucken große Töne. Keine großen Töne also. Das erste Linzer Derby seit 26 Jahren wird aber dennoch etwas ganz Besonderes werden. Dieses gibt es dann bereits in Runde 3 auf der Linzer Google. Trainer Gerald Scheibliner ortet jedenfalls in beiden Fanlagern eine große Vorfreude. Und wird etwas nostalgisch. Ob es dann sportlich für uns ein gutes Gefühl ist, das wird man sehen. Wir sind sicher der klaren Außenseite, das ist klar. Weil der Lasker einfach eine Top-Mannschaft ist und auch finanziell unglaublich aufgestellt ist. Haben wir eine Riesenentwicklung gemacht in den letzten Jahren. Da sind wir noch sehr, sehr weit weg. Und da wollen wir uns auch in keinster Weise vergleichen. Aber in einem Spiel ist immer alles möglich. Es ist eine David-gegen-Goliath-Geschichte, sage ich mal, in dem Derby. Das heißt, für uns eine ganz gute Ausgangssituation. Trotzdem gilt es, wie in jedem Spiel, dass wir das gewinnen wollen, ist klar. Vor allem wird auch spannend zu sehen sein, wie die Fans reagieren und die Stimmung sein wird. Sportdirektor Christoph Schöfswender zieht dabei sogar einen Vergleich mit dem Duell zwischen Rapid und der Austria. So, dass da, was ich so mitgekomme, die Fan-Lager schon, ja, sie gegenseitig absolut nichts Gutes wünschen. Und dass da auch eine gewisse, wie soll ich sagen, schon eine negative Stimmung mit dem anderen Lager gegenüber einfach herrscht. Wie es aber im Fußball eh, glaube ich, ganz normal ist und gang und gäbe ist. Und deswegen wird es etwas sehr Spezielles. Ich sage sehr, sehr emotional für unsere junge Mannschaft sicher eine Riesenherausforderung. Dann auch mit, jetzt so wie in der dritten Runde, dann auswärts mit so einer Stimmung umgehen zu lernen. Weil das kennen halt die meisten oder fast alle da noch gar nicht. Dass du dann, weiß ich nicht, 18.000, 20.000 Leute hast, die dich wirklich aufs Übelste beschimpfen und 90 Minuten auspfeifen. Und das ist, ist aber irgendwie auch geil, ist auch irgendwie ein Ansporn. Also mir hat das immer taugt, wenn ich dann die Massen gegen mich gehabt habe. Das ist halt schon einmal zusätzlich ein Ansporn. Bei Blaues Linz jagt jetzt jedenfalls in den ersten Wochen ein Highlight das andere. Erst das historische erste Bundesligaspiel der Vereinsgeschichte gegen den WRC. In Runde 3 dann das Darby beim Lask und dann das Duell mit Rabid. Da ist zum Jammern ohnehin kein Grund, geschweige denn, ist überhaupt die Zeit dafür. Womit sich wieder ein wenig der Kreis schließt. Also zu dem, was Scheiblehner wichtig ist. Sich nicht über alles aufzuregen, sondern das Positive zu sehen. Und davon gibt es ja bei Blaues Linz derzeit mehr als genug. Ja, das Wichtige ist, glaube ich, immer, dass unsere Spieler oder überhaupt junge Menschen ja oft das gar nicht so schätzen, welchen Beruf sie nachgehen. Weil ich denke, dass wir das alle unglaublich gern machen. Und wenn wir von harter Arbeit reden, dann reden wir halt von mir aus zwei Stunden Training und davor vielleicht eineinhalb Stunden und danach noch eine Stunde. Und wir sind draußen in der frischen Luft und dürfen Fußball spielen und kriegen Geld auch noch dafür. Jetzt sogar so, dass wir auch ganz gut verdienen in der Bundesliga. Und ich denke, dass man das einfach schätzen muss. Und ich höre einfach nichts von dem, dass man das Negativ immer vorhebt, sondern es gibt so viel Positives. Also wir leben in einem Land, wo es uns sehr, sehr gut geht. Und uns geht es von denen noch mehr besser. Und ich glaube, das muss man auch schätzen. Und es gibt, glaube ich, viele Menschen, denen es viel, viel schlechter geht und die nicht so viel jammern. Und deswegen will ich da immer, dass auch den Spielern, die halt noch sehr jung sind, sehr unerfahren, dass man denen es immer wieder vor Augen führt, dass wir eigentlich gar keinen Grund zum Jammern haben, sondern dass wir einfach Gas geben müssen. Tja, bessere Schlussworte hätte ich für diese Episode eigentlich gar nicht finden können. Blauweiß Linz wird also am Samstag in seine erste Bundesliga-Saison starten. Ohne zu jammern, dafür mit ganz viel Euphorie und Vorfreude. Wie erfolgreich man dann tatsächlich ist, werden wir in den nächsten Wochen verfolgen. Der Klub hat aber allemal das Potenzial, mehr als nur eine Bereicherung für die Bundesliga zu werden. Das soll es für diese Episode jedenfalls gewesen sein. Wenn euch diese Folge und der Podcast gefallen haben, dann lasst es mich und uns bitte wissen. Gebt uns gerne Feedback und Kritik. Ansonsten bedanke ich mich noch beim Kollegen Dominik Kanzian, der wieder für Ton und Schnitt verantwortlich war. Und damit wünsche ich euch allen eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao.